hallo und herzlich willkommen zu einer neuen server vorstellung diesmal von kfmc.eu wir haben ihn er ist ein server von 1.8 bis 1.15 das ist wieder super damit ich auch die beste version einsetzen kann die 1.12.2 mit den mods da schon im map und so und wir gehen gleich mal rein ich mache mal noch kurz ein bisschen werbung weil ich mache jetzt am abend live streams das heisst ich habe leider keine zeit am abend server zu zeigen außer ihr wollt es live natürlich sehen dann kann ich das gerne dazwischen machen mit einer aufnahme gleichzeitig das wird hoffentlich nicht legen oder so aber einfach dass ich am nachmittag die server vorstellungen mache und meistens sind die server start auch immer am nachmittag also so 15 uhr ungefähr ja dann schauen wir mal rein das banner das thumbnails so sagen sehr schön mit dem wolf und erinnert mich irgendwie an einen anderen server noch aber doch ein bisschen neu ja navigator spawn city bed minigames ja gehen wir kurz mal in minigames und schauen tt das ist etwas was ich absolut mag ist leider offline noch schade kommen ja man kann ich glaube okay dann schauen wir noch bad wars an das mag ich eigentlich auch gerne aber ich bin ein noob das wisst ihr wenn man nicht spielt dann ist man ein noob weil man das spiel nicht kennt okay zwei mal zwei würde ich gerne machen aber es ist auch offline okay es ist noch sachen offline oder gerade nicht die zeit dafür deshalb gehen wir direkt nach city bild 1 und müssen auf das schild klicken sehr gut ist alles so ein bisschen besser geführt das freut mich und scheinbar auch ziemlich nett designt das ist leider nur für administratoren dark man den kenne ich irgendwie vom namen her ist das der der mich gepostet das ist noch nicht viel los und da haben wir noch ein haus das noch weiter ist sehr schön und noch etwas dahinter sieht das wie eine piramide auf der map schauen wir alles an dank der map kann ich eben auch gebäude auch von weitem auch sehen also ja hilft natürlich schon sehr eine map zu haben deshalb habe ich nicht auf 1.89 gemacht weil das ist jetzt noch mal der normale minecraft launcher und okay es ist nur ein boden der ein feld cool da hat jemand ein multiplot bekommen oder gemacht könnte der ding sein der owner der owner oder so adminrand von lord darkman also er hat er wohnt hier okay der owner aber du hast wahrscheinlich auch eben ähm ja gefragt ob du deinen selber natürlich in einem video haben wenn ich das verstehe oder es ist oder es ist okay es ist einfach einer der sich so genannt hat jetzt verstehe ich es so langsam verstehe ich auch es okay weil sonst wäre es ja irgendwie komisch wenn er sich mit sich selber redet und selber auf dem server aber wenn beide gleich heißen ungefähr das ist natürlich schon ein bisschen komisch also hier gibt es kleine gebäude ein brunnen ja so ein brunnen scheinbar für mich ist es irgendwie ein aquarium wenn das wasser so komisch steht etwas außen faszinierendes ja außerirdisches stehendes wasser klares kaltes wasser dumm dumm wow und ich bin immer noch am glauben ich könnte schön bauen ja vielleicht schon aber ich bin eher der motorbauer also ich möchte es gerne detaillierter haben und dann kommt ihr und macht alles detailliert in vanila nein es ist einfach von der architektur wirklich extrem gut ich bin ja selber selber ohne gewesen also ja meistens und ja ich hatte einfach nie werbung gemacht und deshalb habe ich nicht so viel erfolg gehabt aus eigener videos gemacht und ja bei mir waren zwar auch gute bilder klar aber jetzt habe ich nie das gefühl gehabt ich könnte wirklich so viele besichtigen so schöne bauten jetzt sehe ich wirklich schöne bauten es ist auch viel mehr möglich nun durch die vielen updates und ja vielleicht kann ja mein projekt das ähm der kantor projekt das neue pixelmon projekt vielleicht ja auch ein server bekommen also ich habe einen host also ich habe einen guten ähm ja v server host und nur ihr müsst irgendwie mir auch ein bisschen helfen können oder wollen dann gibt es dann pixelmon also dann ist einfach ein friedlicher server ein pixelmon server und jo ich habe ähm ja ich werde alle mods installieren also auch wirklich gute baumods aber das nur zur eigenen sache mehr werde ich sicher in den livestreams erzählen und was ich genau mache jeden tag weiß ich nicht dass am anfang sicher immer pixelmon und und dann wahrscheinlich auch champions zur verlegnung und tel discos online also als livestream aber wie lange und was das entscheide ich nach aufrufen und kommentaren genau so jetzt sind wir wieder an einem schönen haus das ist wirklich gemütlich schlicht aber gemütlich besonders wenn ihr schön schlicht baut das fasziniert mich also macht weiter so baut auf den server weiterhin so schön es ist wirklich für mich sehr motivierend server vorstellungen zu machen und eben ich brauche jetzt momentan wirklich noch mehr server anfragen ich werde dann eigentlich immer sofort auf den server kommen also immer einen ja termin später also wenn jetzt zum beispiel um 8 uhr abends also um 20 uhr äh die vorstellung macht komme ich immer um 15 uhr nächsten tag also immer um 15 uhr werde ich so ungefähr die selbe vorstellungen machen und ungefähr um 16 oder 17 uhr werde ich dann einfach die leistungs machen so da haben wir auch noch so ein 80er jahre plattenbau das sieht gut aus da hätten wir noch etwas grösses und sonst war es das hoffentlich also dass ich nichts mehr vorstellen muss oder vom server er ist jetzt noch jung noch nicht so groß aber ähm ja da komme ich gerne ein zweites mal und mache ein zweites video hm ja verstehe ich jetzt gar nicht was er bleibt damit ja es ist nacht also ja aber ich verstehe jetzt da hast du ja da wollte ich gerade sagen ja ich bin ja sowieso ähm einer der fallen tappen darf ja das ist ja nicht viel okay aber gut wenn eine falle hier würde sein dann würde ich das machen ja genau er sperrt mich ein ja er sperrt einen rein ja wunderbar das ist immer nett das ist eigentlich eines der besten trolls aber ich würde gerne ein paar fallen sehen die ich nicht kenne okay tutorial hätten wir ja hier auch noch ah ok freilige ich nicht fässer cool da unten hätten wir noch mhm end ja nur optisch okay da hätten wir noch ein paar höhen geschmeckt erinnert mich an ein minispiel server okay da geht es einfach wieder nach oben komm ich nach oben ja du traurig schafft auch das nö und das ist das von der freebait welt wir sind glaube ich hier irgendwo gespawnt hat er jetzt hast du ihn genau gegeben heisst einer panda ähm genau auch dort ist etwas neues das habe ich glaube ich noch nicht vorgestellt oder also spawnen von einer welt so zu bauen das ist natürlich schon episch so ein gebäude würde ich nicht mal als haupt spawn bauen also ja ihr macht euch sehr viel mühe das lobe ich das mag ich und ähm ich hoffe ihr habt erfolg mit diesem server natürlich für alle die ich vorstelle ich bin ja der der das auch gerne eben wirklich ähm gönnt und will dass ihr erfolg habt ich muss jetzt nicht unbedingt so viel erfolg haben mit den vorstellungen aber natürlich gebt ihr mir den erfolg durch gute server auch mit so da steht einfach da können alle da können wirklich alle etwas rein tun und bauen das ist mal genial also ein plot also ein öffentlichen plot habe ich glaube ich noch nie gesehen das ist mal gut aber es ist auch nichts mehr hier drin in den kisten so dann hätten wir hier noch ein krug bierkrug das ist einfach hier so ein kleines ja ja ah ok staubsauger weißt es nicht was ist eine magiermütze oder so das sieht richtig cool aus dieses gebäude hat wirklich fantasy das mag ich triforce cool ah ja habe ich auch immer gerne gemacht die türen als große sitze sitze sitz lehnen hier haben wir viel zu steht viel aber es ist irgendwie ja es ist manchmal ein bisschen am stoppen vielleicht die ähm cashes mal ein bisschen lernen also so vom server dann passiert das meistens nicht mehr äh welche tasse glaube ich ja so komm ich brauche nix tschüss ja da wird sich stören wenn ein anfänger eben da drin ist aber nur als gag gell es wird natürlich nicht mehr passieren ich werde niemanden animieren noch mehr dreck reinzuwerfen ja okay das essen hätte ich jetzt nicht reinwerfen sollen aber gibt es eine farmwelt noch jetzt haben wir kein inventar mehr und das heißt eigentlich auch wir sind jetzt für immer einer der keine items hat ähm wo müssen wir dahin ja jetzt bin ich richtig wirklich lost slash farb ah immer der neueste spiel wird willkommen geheißen scheinbar farmwelt spawn nette farmwelt okay dann können wir uns noch mal ein bisschen essen holen schauen wir mal die farmwelt an wie die gebaut wurde also das ist eine große ebene direkt mal eine super ebene mit nacht und wir ohne items so jetzt geht es wieder weiter keine tiere leider also ja ja wir werden sterben es gibt viel zu viele monster natürlich ok challenge warte hier und hol dir wieder essen neffel ist wahrscheinlich auch noch neu sozusagen kann man auch gut farm sehe aber andere biome nicht also wenn wir kurz auf die maps schauen haben wir einfach die verschiedenen maps drüber sozusagen aber jetzt geht die farmwelt nicht nicht registriert hier unten da ja hier ok man sieht nicht viel auf der map müssten die rente distanz noch ein bisschen einstellen klar aber gut so ne ähm ich denke ja ich werde dann bei der zweiten besichtigung noch ein kurzes warm aber jetzt denke ich mal ist genug wenn ich etwas verpasst habe dann bitte noch mal sagen ich mache gerne noch mal so ein zweites video und ja wenn auch immer ihr noch mehr sehen wollt einfach in die kommentare schreiben egal wer es ist und ja wenn ich selber vorgestellt vorgestellt haben wollt egal wie groß der server ist immer in die kommentare damit und eventuell werde ich dann wenn ich keine anfragen mehr habe einfach selber vorstellen ein bisschen durch die ähm ja serverlisten von minecraft ähm suchen vielleicht mal hifmc oder so weiss es nicht gome hd oder ähm ja solser mal schauen aber gut dann dankeschön und bis zum nächsten video oder live stream tschüss tschüss